Im Verlauf dieses Oberkapitels C, Stochastik 1, haben wir uns ja viele unterschiedliche Zufallsexperimente angeguckt und diese Zufallsexperimente hatten dann immer unterschiedliche Anzahlen an Ergebnissen. Also da war zum Beispiel eine Urne mit vielen blauen und roten Bällen und dann ging es um die Anzahl der Bälle, die man dann zieht und auch um Elemente und um Ziehung und so weiter. Und für eben diese Zufallsexperimente konnte man Wahrscheinlichkeitsverteilung aufstellen. Das heißt, man hat immer in so einer Spalte aufgelistet, welche Ergebnisse es gibt und dann in einer anderen Spalte, welche Wahrscheinlichkeiten diesen Ergebnissen zugeordnet werden. Das nennt man Wahrscheinlichkeitsverteilung. Jetzt kommen wir zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung von Zufallsexperimenten, die festgelegt ist und die sich auch immer mit derselben Funktion berechnen lassen, die du hier unten siehst. Aber erstmal jetzt Schritt für Schritt. Wir haben bei diesen Zufallsexperimenten, um die es geht, immer nur zwei Ergebnisse und das macht die Sache erstmal relativ einfach. Wir haben nämlich immer Erfolg und Misserfolg. Manchmal wird das dargestellt mit 1 und 0. Wir werden jetzt aber in der Folge immer Erfolg und Misserfolg verwenden. Solche Zufallsexperimente nennt man Bernoulli-Experimente. Es ist beispielsweise beim Würfeln wichtig, eine bestimmte Zahl zu erhalten. Bringt nur diese Zahl einen Erfolg und alle anderen einen Misserfolg, dann hat man ebenso ein Bernoulli-Experiment. Angenommen, das Würfeln einer 6 stellt einen Erfolg dar, weil man zum Beispiel danach nochmal würfeln darf oder man darf ein paar Felder überspringen oder sowas und alle anderen Augenzahlen führen zu einem Misserfolg, dann bezeichnet man eben die 6 hier mit einem Erfolg e und den Misserfolg mit einem e quer. Bei jedem Würfelversuch gibt es nun eine Erfolgswahrscheinlichkeit von Pi. Und zwar Pi ist immer der Anteilswert und der bildet sich aus dem Quotienten Erfolgselemente und geteilt durch Gesamtelemente. Bei so einem Würfel wäre das jetzt ja nur die 6 gewesen. Das ist ein Element im Verhältnis zu 6 Gesamtelementen. Also ein Sechstel wäre da Pi. Angenommen, du hast eine Urne mit 8 Bällen und von diesen 8 Bällen wären 5 blau. Und jetzt zieht man mit Zurücklegen. Das heißt, die Einzelwahrscheinlichkeit, also die Verhältnisse in dieser Urne ändern sich nicht, weil du, nachdem du gezogen hast, das Element auch immer wieder zurücklegst. Dann hättest du ja 5 blaue im Verhältnis zu 8 insgesamten Kugeln. Und wenn jetzt das Ziehen einer blauen Kugel als Erfolg angesehen wird und das Ziehen einer andersfarbigen Kugel als Misserfolg, dann wäre hier der Anteilswert 5 blau im Verhältnis zu 8 insgesamt, also 5 Achtel. Das nennt man Pi oder eben auch Anteilswert. Ja, manche verwenden auch einfach nur den kleinen Buchstaben P. Das sieht man auch manchmal. Naja, und zu dieser Verteilung, da komme ich gleich, denn wenn man jetzt diese Bernoulli-Experimente hat, also Erfolg oder Misserfolg, und man hat dann mehrere davon, dann entstehen dadurch Bernoulli-Ketten. Denn du könntest ja zum Beispiel einmal werfen, dann hättest du ja ein Bernoulli-Experiment, Erfolg oder Misserfolg. Wirfst du dann nochmal, hast du ja noch ein Bernoulli-Experiment, Erfolg oder Misserfolg. Und wirfst du meinetwegen noch ein drittes Mal, hast du nochmal ein Bernoulli-Experiment, Erfolg oder Misserfolg. Das wäre dann eine Bernoulli-Kette der Länge n gleich 3, weil man eben dreimal diesen Versuch durchgeführt hat. Also müssen wir, um jetzt zur Binomialverteilung zu kommen, sagen, wir haben zwei Parameter, die diese Art von Zufallsexperimenten eindeutig beschreiben, nämlich wir brauchen einmal die Länge n, wie häufig man so ein Bernoulli-Experiment durchführt, und wir brauchen das Pi, den Anteilswert. Na ja, und wenn du dir das n und Pi gegeben hast, dann hast du auch die vollständige Binomialverteilung. Denn, ja, mit diesen Parametern kann man dann für jede mögliche Erfolgsanzahl x gleich k die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. So, das heißt, wir sehen hier unten diese Verteilung, und wenn man jetzt n und Pi hat, dann kannst du hier schon mal n und Pi einsetzen in diese Funktion. Und dann heißt es nur noch, sagen wir mal, du ziehst aus dieser Urne, die ich gerade erzählt habe, das sind fünf blaue Kugeln von acht, und blaue Kugeln sind ein Erfolgselement, und du ziehst da jetzt dreimal draus. Dann könntest du ja theoretisch nullmal einen Erfolg haben, indem du nullmal eine blaue Kugel ziehst. Du könntest aber auch einmal eine blaue Kugel ziehen, oder zweimal, oder dreimal. Also höchstens nmal. Du hast also höchstens n Erfolge. Das heißt, so viele Erfolge wie Ziehungen sind möglich, und wenigstenfalls null. Also null, eins, zwei, oder drei. Naja, und jetzt möchtest du ausrechnen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, bei diesen Dreiziehungen aus dieser Urne, zwei Erfolge zu haben. Dann wäre x gleich zwei. Das würdest du hier auch noch einsetzen, dann hättest du hier für K eben eine zwei, und dann wäre alles ausgefüllt, dann wird ausgerechnet und fertig. Aber das Ganze zeige ich dir am besten mal in einer Beispielaufgabe, dann wird das noch deutlicher. Vor einem Restaurant stehen vier Parkplätze für Kunden bereit. Aufgrund statistischer Daten der letzten Geschäftsjahre ist bekannt, dass jeder Parkplatz während 75% der Öffnungszeiten belegt ist. Ah, also belegt 75%, nicht belegt 25%. Kann man sich ja schon mal so schlussfolgern. Stelle die Wahrscheinlichkeitsverteilung zu diesem Sachverhalt auf, wenn es darum geht, wie viele Parkplätze zu einem beliebigen Zeitpunkt belegt sind. Zeige die Gültigkeit der Formel von Bernoulli anhand eines Baumdiagramms. Ja, fangen wir doch erstmal mit dem Baumdiagramm an. Das können wir schon, und das hat ja auch erstmal jetzt gar nicht so viel unbedingt mit der Binomialverteilung oder mit Bernoulli-Experimenten zu tun. Schauen wir doch aber erstmal, ob es sich überhaupt hier um ein Bernoulli-Experiment handelt oder vielleicht doch eher um eine Laplace-Verteilung. Nochmal ganz kurz, was ist eine Laplace-Verteilung? Bei Laplace-Verteilung hat jedes mögliche Ergebnis eines Zufallsexperiments dieselbe Wahrscheinlichkeit. Naja, um was geht es hier? Für jeden Parkplatz gilt ja entweder 0 oder 1, also frei oder belegt. Und dann kann ich mich von einem Parkplatz zum nächsten hangeln. Was ist mit dem ersten Parkplatz? Ist er frei oder ist er belegt? Also 0 wäre jetzt frei in diesem Fall, 1 wäre belegt, der ist meinetwegen auch belegt und der hier ist frei. So, dann hätte ich jetzt zum Beispiel in dieser Situation zwei belegte Parkplätze von vier. Das heißt, jeder Parkplatz, den ich mir anschaue, wäre ein Bernoulli-Experiment. Und man könnte sagen, besetzt wäre ein Erfolg und frei wäre ein Misserfolg. Aus Sicht des Restaurantbetreibers ist es natürlich gut, wenn die Parkplätze voll sind mit Kunden, weil dann sind die auch drin und essen was und so weiter. Deswegen könnte man das hier so ansehen. Deswegen ist es auf jeden Fall schon mal ein Bernoulli-Experiment. Jetzt ist die Frage, ist es auch eine Bernoulli-Kette? Ja, es ist auch eine Bernoulli-Kette, weil wir ja vier Parkplätze haben, für die jeweils ein Bernoulli-Experiment hier abläuft. Und deswegen hat man eine Verkettung aus vier Bernoulli-Experimenten, somit eine Binomialverteilung der Länge n. So, und n gleich 4 ist dann somit schon mal mein erster Parameter. Die Frage, was ist mein zweiter Parameter? Das müsste ja das Pi sein. Pi ist immer der Anteilswert, das ist die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Durchführung von so einem Bernoulli-Experiment. Und wenn man sich einen Parkplatz anguckt, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass der eine Parkplatz belegt ist, 75%. Also, okay, dann schauen wir doch einfach mal auf das Baumdiagramm. Das können wir ja schon, das hat ja auch nicht unbedingt was jetzt mit der Binomialverteilung zu tun. Und da sehen wir jetzt wieder diese Abzweigung. Also Erfolg oder Misserfolg? Ist der Parkplatz belegt oder ist der Parkplatz frei? Parkplatz belegt wäre ja gut, 75%, 0,75%. Dann der zweite Parkplatz wäre jetzt die zweite Ebene. Zweiter Parkplatz könnte wieder belegt oder frei sein. Dritter Parkplatz könnte wieder belegt oder frei sein. Und der vierte Parkplatz auch belegt oder frei. So hat man jetzt also vier Ebenen und somit vier Verzweigungen jeweils für entweder belegt oder nicht belegt von dem Parkplatz. So kann man sich ja so ganz gut vorstellen. Und jetzt kann man das eben mit der Binomialverteilung abbilden. Und so ein bisschen habe ich es gerade schon durchklingen lassen. Wir brauchen also erstmal die Parameter. Die Parameter sind n gleich 4, denn wir haben hier Bernoulli-Experimente, die miteinander verknüpft sind und zwar der Länge 4. Somit hat man minimal die Möglichkeit, 0 Erfolge zu haben und höchstens eben 4 Erfolge oder irgendwas dazwischen. Ist ja auch klar. Wenn jetzt also für den Restaurantbesitzer es ziemlich blöd ist, dass er so ziemlich blöd läuft, dann hat er 0 belegte Parkplätze. Wenn es richtig gut läuft, dann sind alle 4 belegt. Es könnten aber auch 3 belegt sein, 2 belegt sein oder 1 belegt sein. Aber es könnten nicht 5 belegt sein, weil es gibt ja nur 4 Parkplätze. Es könnten auch nicht minus 1 belegt sein, weil das Quatsch ist. So einfach ist das. So und deswegen hat man jetzt n gleich 4 und wir haben Pi gleich 1 Erfolg zu haben bei einem Bernoulli-Experiment. Also der Anteilswert ist 0,75. So das könnte man jetzt alles einsetzen hier und dann die entsprechenden Erfolge ausrechnen. Fangen wir doch mal von links an. Welcher Pfad ist der einzige Pfad, der hier eben diese 0 bringt? Also 0 Erfolge aus Sicht des Betreibers. Das wäre doch Misserfolg, also erster Parkplatz frei, zweiter Parkplatz frei, dritter Parkplatz frei, vierter Parkplatz frei. Das heißt 0,25 und das viermal mit sich selber multipliziert, also 0,25 hoch 4 multipliziert mit 0,75 hoch 0, weil das ist ja einfach nur 1 und vorne auch eine 1. Denn das ist der einzige Pfad, den es gibt mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Also einmal und dann theoretisch eine 1 mal 0,25 hoch 4. Das wäre also 0,0039. Dann jetzt wird es schon ein bisschen interessanter. Wie sieht es aus, wenn es einen Erfolg gibt? Das heißt, wenn wenigstens, also wenn ein Parkplatz hier belegt wäre. So, es könnte der erste, zweite, dritte oder vierte sein. Also gibt es auch vier Möglichkeiten dafür. Zum Beispiel könnte der erste belegt sein und alle anderen nicht. Es könnte der zweite belegt sein und dann der dritte und vierte wieder nicht. Es könnte aber auch der dritte belegt sein und der vierte wieder nicht und die ersten beiden auch nicht. Oder es könnten die ersten drei nicht belegt sein und der vierte könnte belegt sein. Das sind die vier Möglichkeiten. Und jetzt guckt man sich an, was man da für Wahrscheinlichkeiten hat. Also fangen wir mal mit dem ersten Pfad an mit diesem hier. Der erste ist belegt, 0,75 und die anderen sind alle nicht belegt. 0,25, 0,25, 0,25. Das heißt, man hat eigentlich bei den Pfaden, die zu einem Misserfolg führen, immer die 0,25 als Wahrscheinlichkeit. Und an dem Pfad, der zu einem Erfolg führt, also belegten Parkplatz, hat man 0,75. Und das ist bei den anderen auch so. Hier siehst du auch 0,25, dann 0,75 und dann wieder 0,25, 0,25. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind immer gleich, nur eben dieser Stellplatz des Erfolgs wird jetzt eben durchpermutiert. Mal an der ersten, mal an der zweiten, mal an der dritten und mal an der vierten Stelle. So, und genau das spiegelt sich jetzt auch wieder in dieser Berechnung dafür. Also wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Parkplatz belegt ist? Es gibt vier Pfade, die das erfüllen. Und an einer Verzweigung finden wir eine 0,75, deswegen 0,75 hoch 1. Und an drei weiteren finden wir die Wahrscheinlichkeit 0,25 und das eben dreimal, also 0,25 hoch 3. So, und das ist gleich 0,0469, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Parkplatz belegt ist an einem normalen Tag, ist 4,69%. So, und daran kann man jetzt schon so langsam die Verteilungsfunktion ablesen in der allgemeinen Form. Das heißt, das Pi, der Anteilswert, also die Erfolgswahrscheinlichkeit für bei einer Durchführung, der muss halt so häufig einfließen, wie man Erfolge hat. Also diese 0 hier steht da oben auch im Exponenten. Diese 1 steht hier auch im Exponenten. Gleich wird die 2 auch da im Exponenten stehen, die 3 im Exponenten und die 4 im Exponenten. So, das heißt, dieses Pi fließt halt so häufig ein, wie man Erfolge messen möchte. Pi hoch zum Beispiel hier 1. So, und dann 1 minus Pi, also die Gegenwahrscheinlichkeit oder anders gesagt die Wahrscheinlichkeit für einen Misserfolg, muss eben so häufig einfließen, wie man Durchführung n hat, minus die Erfolge k. Denn wenn ich zum Beispiel hier 4 mal ziehe und es soll ein Parkplatz belegt sein, habe ich ja noch 4 minus 1 gleich 3 Misserfolge, die einfließen müssen. Also 1 minus 0,75 ist 0,25 und das muss eben 3 mal einfließen, weil 4 minus 1 3 ist. Und das sehen wir ja auch hier in unserem Baumdiagramm. So, jetzt hat man diese beiden, kann man sich sehr leicht erklären, aber was ist mit diesem blauen hier vorne? Der blaue ist immer die Anzahl der Pfade. So, also, nehmen wir mal unsere Parkplätze hier. 1, 2, 3 und 4. So, die sind jetzt zwar unterschiedlich groß, aber macht ja nichts. So, jetzt ist immer die Frage, wenn ich jetzt 0 Erfolge habe, also 0 Autos auf meinen Parkplätzen stehen, wie kann ich die auf diesen Parkplätzen anordnen? Naja, dafür gibt es ja nur eine Möglichkeit, nämlich ich packe einfach keine Autos da drauf. Und deswegen steht hier bei 0 Erfolgen, also kein Parkplatz ist belegt, steht hier eine 1. So, wenn ich jetzt aber ein Auto da drauf stellen soll, das heißt ein Parkplatz wäre belegt, könnte ich es doch hier hinpacken, hier hinpacken, hier hinpacken oder hier hinpacken. Ich könnte mir also einen von den vier aussuchen. Es gibt also vier Möglichkeiten. So, diese vier siehst du hier vorne. Wie ist das denn, wenn man zwei belegte Parkplätze hat? Da gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel hier und hier ein Auto draufstellen. Ich könnte aber auch nur hier vorne und hier ein Auto draufstellen. Ich zähle mal mit meinen Fingern mit. Das wäre die zweite Möglichkeit. Ich könnte aber auch vorne eins draufstellen und hier eins draufstellen, wäre schon die dritte Möglichkeit. So, ich könnte aber auch hier eins draufstellen und hier eins draufstellen, wäre die vierte Möglichkeit. Ich könnte hier eins draufstellen und hier eins draufstellen, wäre die fünfte. Und die sechste Möglichkeit wäre, hier hinten eins draufzustellen. Also gibt es für die Anordnung von zwei Autos auf diesen vier Parkplätzen sechs Möglichkeiten und diese sechs siehst du hier vorne. Was gibt es denn für Möglichkeiten drei Parkplätze zu belegen? Könnten wir auch sagen, wie viele Möglichkeiten gibt es denn einen Parkplatz freizulassen? Den ersten könnte ich freilassen, ich könnte den zweiten freilassen, ich könnte den dritten freilassen oder den vierten freilassen. Also vier Möglichkeiten, deswegen steht die vier hier vorne. Naja und vier Autos auf vier Parkplätzen anzuordnen wäre halt nur diese eine Möglichkeit, nämlich so. Und deswegen steht da wiederum eine Eins da vorne. So, die kann ich jetzt mal wieder weg machen, sieht das besser aus. Und wir sehen also, das sind diese Dinger hier. Also mit anderen Worten die Anzahl der Pfade auch, weil also vier Parkplätze belegt gibt es ja nur diesen einen Pfad, nämlich E, E, E und E. Und an diesen E-Faden stehen auch nur 0,75 dran, das heißt 0,75 hoch 4. Die 0,25 fließt gar nicht ein, also hoch 0 und es gibt nur einen Pfad. Ja, das wäre sozusagen die Erklärung dafür. Und ich glaube, ich kann es dir gar nicht anders erklären als so. Also das ist glaube ich das Plausibelste. Kannst du auch gerne mal schreiben, ob du es verstanden hast. Ansonsten habe ich auch gleich noch Übungsvideos da für dich. Noch mal ganz kurz hier im Überblick. Es gibt also die Möglichkeit, 0 Erfolge zu haben, 1 Erfolg 2, 3 oder 4. Mehr als 4 ist nicht möglich. Jetzt kann man die Erfolge hier nehmen und dafür die Wahrscheinlichkeit berechnen. Einfach die Parameter nehmen. Die Parameter sind n und pi, also Länge der Bernoulli-Kette. Das wären 4, weil man für 4 Parkplätze hier die Möglichkeit hat, das Ganze durchzuspielen. n ist 4. Pi ist 0,75. So, das wären also sozusagen schon mal die, die ich hier in diese Formel einsetzen kann. Und dann kommt es darauf an, für welche Erfolgsanzahl ich denn die Wahrscheinlichkeit messen will. Also für 0, 1, 2, 3 oder 4. Das kann ich dann noch für k einsetzen. Das wird in den Taschenrechner eingetippt und fertig. Übrigens ein kurzer Hinweis. Hier gibt es ja hier nach noch ein Unterkapitel, wo wir die Wahrscheinlichkeit mit dem GTR ausrechnen. Das spare ich mir jetzt in diesem Unterkapitel. Aber nicht wundern, wenn du sehen möchtest, wie man Wahrscheinlichkeit mit dem Taschenrechner berechnet, bitte zum nächsten Unterkapitel springen. So, und hier siehst du, ja, es ist sehr anstrengend, das alles zu lesen. Bei uns im Übungsheft steht das ja auch alles nochmal so detailliert erklärt. Aber ich habe natürlich hier im Video nochmal viele weitere Möglichkeiten, dir das zu erklären. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020